Nein, so ein Neuanfang ist nicht nötig. Das ist ein reiner Kampf um Wählerstimmen. Getrieben auch aus einer Angst vor der AfD. Hartz IV-Frustrierte sollen zurückgewonnen werden. Aber zumindest aus SPD-Binnensicht ist der Rückschwenk nach links nachvollziehbar. Denn durch die Agenda 2010 wurde Deutschland zum Wirtschaftswunderland. Der Stimmenanteil der SPD hat sich allerdings etwa halbiert. Die Abkehr von Hartz IV. Ein echter Befreiungsschlag für die SPD. Die sich mit ihren Plänen in der Großen Koalition von der Union distanzieren kann. Das ist ein Gewinn für die Parteienlandschaft in Deutschland. Bürger erkennen wieder die SPD als Partei links von der Mitte. Klare Trendschärfe. Mit Bürgergeld, Grundrente und einer Reform des Sozialstaats besinnt sich die SPD auf ihre alten Werte. Und schärft ihr Profil. Aber all das kostet Geld. Im Koalitionsvertrag steht ganz klar, keine neuen Schulden. Und runter mit den Steuern. Die neuen Wünsch-dir-was-Pläne der SPD würden genau das Gegenteil bewirken. Und was ist, wenn es wirtschaftlich nicht mehr so gut läuft? Wird die schwarze Null jetzt zur Nebensache? Allein das hätte das Potenzial, die große Koalition zu zerlegen. Will die SPD etwa einen Neuanfang auftrümmern? Auch die Sozialverbände sprechen sich für die Pläne der SPD aus. Durch das alte Hartz IV sei der Bürger zu einem Bittsteller geworden. Mit der neuen Ausrichtung blicke die SPD wieder auf die Lebenswirklichkeit der Menschen. Denn bis in die Mittelschicht ist die Furcht gewachsen, in einem reichen Land plötzlich abzurutschen. Die Arbeiterpartei fängt endlich mit dem Arbeiten an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017